. Erste Worte nach Let und Raute X 27 SEMIKOLONES DANCE aus, Galote nimmt und Raute X 27 SEMIKOLONES LOCKER. . Und schon wieder sorgt ein Liedstanzer Exit für eine echte Überraschung. Obwohl Galote würdig, 39, für ihre Romba zu Ion Levanto B. With You von Fonda Shepard eine solide Jorö-Wertung bekam, musste sie am Ende des Abends die Show verlassen. . Die Zuschauer waren von ihrer hingebungsvollen Performance wohl weniger berührt, als es sich die Moderatorin gewünscht hätte. . Wie enttäuscht ist die Ehefrau von Rapazido, 37, über das Voting-Ergebnis. Obwohl ihr Show aus durchaus überraschend kam, zeigt sich im anschließenden Exklusiv-Interview ziemlich gefasst. . Man ist natürlich super traurig. . Aber wir haben eine super Romba hingelegt und darauf sollte man sich konzentrieren. . Wenn ich jetzt mit einer komplett versemmelten Choreografie gegangen wäre, wäre das blöder gewesen, nimmt die 39-Jährige die Zuschauerentscheidung sportlich. . War schon nach ihrer Performance klar, dass sie es mit 22 Euro-Punkten schwer haben könnte. . Heute war eine Sendung, die voller Ereignisse war. . Wir hatten eine gefährliche Punktzahl, mit der man schnell in Vergessenheit gerät, analysiert sie ihre Niederlage. . . Tatsächlich sorgte die Verletzung von Profitänzerin Orna Nechiti, 30, durch die sie mit ihrem Schützling Bella Klenze, 29, nicht tanzen konnte, für ordentlich Chaos in der Liebeshu. . Alle Infos zu im Spezial bei RTL.de. .